ES-TV – Videos aus der Region wird zum Jahr 2000 schon versechsfacht und jährlich entnimmt der Mensch rund 4000 Kubikkilometer Wasser. Wir waren in Esslingen unterwegs und wollten von den Menschen wissen, was ihnen zum Thema Wasser spontan einfällt. Wasserarmut fällt mir spontan ein, Wassernot, natürlich aber auch das Meer, der Fluss. Wir haben hier viele Länder, in denen Wasser ganz wenig gewertschätzt wird, nämlich von den großen Firmen. Nehmen wir zum Beispiel Afrika, Nestle kauft dort große, große, große Brunnen und tut sie privatisieren. Was bedeutet, im Prinzip können die Anwohner dort, ohne selbst dafür zu bezahlen, kein Wasser mehr bekommen. Kinder verdursten, erwachsene Menschen verdursten. Das ist eine ganz große Frechheit, finde ich, dass die großen Firmen sich die Macht rausnehmen, so ein Grundgut für uns Menschen einfach den Menschen wegzunehmen. Mir fällt ganz spontan ein, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Und weil Wasser einfach Menschenrecht ist und jeder Zugang zum Wasser haben soll, zu sauberem Wasser. Und das ist auf dieser Welt leider nicht möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass man weiterhin dafür kämpft. Also für uns ist Wasser ja selbstverständlich eigentlich, kommt aus der Leitung. Wir gucken halt, dass es sauber ist. Das ist aber in der Regel schon der Fall. Und was mir immer spontan einfällt, ist Nestle. Ja, die sagen, Wasser sollte einen Preis haben. Ja, und das finde ich schon nach wie vor sehr kritisch und eigentlich beschämend in unserer heutigen Zeit. Doch wissen die Esslingerinnen und Esslinger eigentlich, woher das Wasser kommt, das in Esslingen durch die Leitungen in unsere Haushalte fließt? Und machen sie sich Gedanken über die Qualität? Da ich weiß, wo das herkommt, Esslingen hier aus dem Donauried, mache ich mir aktuell noch keine Gedanken. Andere Versorgungsbereiche, die haben dann noch Bodenseewasser, die haben das noch ein bisschen besser. Und das Bodensee wird in 60 Meter Seetiefe entnommen und das Schutzgebiet. Und da haben die ein sehr strenges Auge darauf. Also tatsächlich bin ich mir sehr sicher, dass das Wasser, was bei mir aus der Leitung kommt, dass ich das auch trinken kann ohne Gefahr. Ein großes Problem ist die steigende Belastung des Grundwassers durch Gülle. Und gelingt es nicht, die Nitratbelastung durch Gülle und andere stickstoffhaltige Düngemittel zu reduzieren, drohen durch die Wasseraufbereitung Kostensteigerungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Nicht nur am Weltwassertag lohnt es sich, sich ein paar Gedanken zu diesem wichtigen Element und unserem Umgang mit ihm zu machen. Denn schon im Jahr 2025 werden wohl 3,1 Milliarden Menschen vom Wassermangel betroffen sein. ES-TV Videos aus der Region 4 4 5 9 10 11 11 11 12 13 19